Hallo, ihr fabelhaften Vagegeborenen und Vage-Ascendenten, ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen des Monats. Viel Liebesenergie ballt sich in eurem Partnerhaus. Ihr könnt so manchem den Kopf verdrehen. Toll für Single-Wagen, die auf der Suche sind. Liierte Wagen stehen häufig unter Druck und brauchen die Unterstützung des Partners. Also bleibt miteinander im Gespräch. Darauf gehen wir dann gleich näher ein. Jetzt noch ein Hinweis, es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung. Ich habe was Schönes zu gewinnen für euch. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt zu den Konstellationen, die längerfristig auf euch einwirken. Weiterhin steht Glücksplanet Jupiter hier wunderbar in der Waage in eurem Zeichen. Und läuft diesen Monat durch die zweite Dekade. Aber er bildet eben dieses sehr harte Quadrat zu Pluto, der für euch im Haus der Familie steht. Und das habe ich wirklich jetzt auch häufiger beobachtet bei den Waagegeborenen, dass sich das so ausdrückt, dass sie einerseits wirklich sehr viele Chancen bekommen, wirklich auch tolle Sachen unternehmen, neues anfangen, beliebt sind, populär sind, tolle Erlebnisse haben. Aber oftmals auch einen Druck, eine Verantwortung und Schwierigkeiten, die aus dem Familienbereich herkommen. Sei es durch Geheimnisse, hier Pluto, aus der Vergangenheit oder wirklich auch durch ganz konkrete Angelegenheiten, die die Familie betreffen, manchmal auch Verluste. Also das ist für viele Wagen eine sehr harte Zeit, weil sie hin und her gerissen sind zwischen diesem Erfolg und diesem absolute Beliebtheitshöhepunkt und dann eben dem gleichzeitigen Druck, dem sie ausgesetzt sind. Das ist für viele Wagen im Moment gar nicht so einfach. Und diesen Monat wirken nochmal beide Planeten besonders stark ein auf diejenigen, die zwischen dem 7. und 15. Geburtstag haben, 7. und 15. Oktober. Also wenn ihr das spürt, dann ist das ein Aspekt, der jetzt diesen Monat halt besonders krass ist und den ihr jetzt sozusagen noch überstehen müsst. Ab Mai ist dann die Spannung deutlich geringer. Dann haben wir weiterhin die Opposition zu Uranus, der für euch im Partnerhaus steht. Der ist jetzt ein bisschen weiter gewandert, ein bisschen aus diesem Quadrat rausgewandert. Das Thema ist weiterhin, dass die Waagegeborenen sehr große Aufregung und Spannung in ihr Leben ziehen, was Partnerschaften und Begegnungen angeht. Ich habe viele Wagen beobachtet, die sich getrennt haben oder die unter diesem Einfluss was Neues angefangen haben oder eine Affäre angefangen haben. Oder wenn sie also wirklich auch schön und ordentlich in ihrer Beziehung geblieben sind, trotzdem eben sehr, sehr viel an Begegnung erleben, was eben auch dazu führt, dass sie das Gefühl haben, mehr Freiraum zu brauchen. Und deswegen habe ich gesagt, im Grunde, die Festliierten brauchen ganz viel Unterstützung vom Partner. Es kann auch sein hier mit dem Uranus, dass sie sich manchmal alleingelassen fühlen. Uranus ist ja auch der Planet der Distanz. Dann ist der Partner vielleicht nicht da oder hat selber viel zu tun und man kommt irgendwie nicht an ihn ran. Das sind alles so Sachen, die euch diesen Monat beschäftigen können. Und besonders betroffen sind die Geburtstagskinder, die vom 18. bis 23. Oktober Geburtstag haben. Dann haben auch noch einige Wagen den Saturn in einem durchaus förderlichen Aspekt zur Sonne. Das wäre nämlich hier aus dem dritten Haus heraus ein sogenanntes Sextil. Also das ist durchaus unterstützender Aspekt, der wie immer mit Saturn auch viel Arbeit erfordert, aber der bedeuten kann, dass ihr zum Beispiel von Seiten der Nachbarn hier, das wäre also das dritte Haus, Leuten in eurer unmittelbaren Umgebung durchaus Unterstützung bekommt oder auch mal drum fragen solltet ruhig. Es kann auch um Geschwister gehen, vielleicht deutlich ältere Geschwister, die euch jetzt zur Seite stehen und euch vielleicht helfen oder wo ihr euch gegenseitig helfen könnt. Da müsst ihr mal schauen, wie sich das in eurem Leben äußert. Und dann habt ihr ja auch Lilith hier im dritten Haus. Das kann für diejenigen Wagen, die sich für Lilith interessieren, ein gutes Thema sein, sich mit dem Gedanken an die innere Göttin mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Also das Sextil Saturn, das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 19. und 23. Oktober Geburtstag haben. Jetzt gehen wir durch die aktuellen Konstellationen, beginnend mit dem Neumond, der das Thema hier schon ganz klar vorgibt, spielt bei euch im Partnerhaus. Also diesen Monat spitzt sich diese gesamte Partnerschaftsdramatik bei euch nochmal enorm zu. Ist ja schon für viele Wagen jahrelang ein Thema, aber das ist jetzt hier sozusagen der Gipfel. Also das habt ihr ja in jedem April, immer wenn die Sonne durch den Bitter läuft, aktiviert sie automatisch Partnerschaftsthemen bei euch, weil das eben einfach dieser Oppositionsaspekt ist, der wie eine Partnerschaftsgeschichte für euch wirkt. Egal wo das jetzt im individuellen Horoskop steht, es wirkt immer ganz stark auf Partnerschaften und natürlich auch für die Vaga Aszendenten würde jetzt der Uranus im siebten Haus stehen. Also das ist jetzt wirklich eine ganz wichtige Phase und dann im April eben aktuell ganz stark ausgeleuchtet gewissermaßen durch die Sonne. Und die Sonne wird ja eben in diesem Monat dann das Quadrat zu Pluto und Jupiter nochmal stark aktivieren, Mitte des Monats, aber da kommen wir gleich zu. Also das ist einfach Thema und deswegen, wenn ihr Zeit habt zu Neumond oder rund um den Neumond, dann versenkt euch doch da nochmal rein und überlegt euch, was wollt ihr in diesem Monat in der Partnerschaft erreichen? Wo kann euch der Partner unterstützen oder eben auch, wie könnt ihr für den Partner da sein? Oder eben, wenn ihr Single seid, dann ist das natürlich eine sehr, sehr starke Energie, um jemand Neues kennenzulernen. Dann startet der Monat außerdem noch mit weiterhin die Sonne in sieben, Uranus in sieben ist klar, die rückläufige Venus ist in sieben. Merkur ist dann schon ins Achterhaus gewechselt und das unterstützt durchaus diejenigen, die in der festen Partnerschaft leben, jetzt ins Gespräch zu kommen. Und auch der Mars steht für euch im Haus der festen Partnerschaft, kann natürlich auch wieder Konflikte dort bedeuten, aber da wir ja diese interessante Konstellation haben, hier Mars, der hier einen guten Aspekt auf den Pluto wirft, dann kann es auch heißen, dass ihr gemeinsam mit eurem Partner familiäre Probleme hier meistert. Und dass ihr selber hier mit eurer Jupiter in eurer Waage, dass ihr da euer Ego ein bisschen zurücknehmen solltet, sondern lieber die Kraft in die Beziehung investieren bzw. an die Beziehung glauben und mit dem Partner gemeinsam euch diesen Problemen stellen. Und dieser interessante Power-Aspekt dauert etwa bis zum siebten und dann könnt ihr den vielleicht ausnutzen. Aber nochmal jetzt zurück, wir waren jetzt noch vorne stehen geblieben. Am dritten, ah ja, ihr habt gleich am ersten Tag auch einen Top-Tag, am 1. April jede Menge Anregungen für die Liebe. Mond steht im Haus der Pläne, also Pläne machen und Inspirationen ist da groß geschrieben. Natürlich kann es sein, dass solange Venus im Rückwärtsgang ist, sich Pläne auch nochmal ändern, aber die Inspiration ist auf jeden Fall da. Dann am dritten läuft die Venus für euch zurück ins Haus der Gesundheit und bleibt dann da auch fast den ganzen Monat. Das heißt, sowohl die Gesundheitsthemen als auch Themen rund um den Arbeitsalltag sind da nochmal angesprochen, komme ich aber gleich noch zu. Dann haben wir am sechsten noch einen Top-Tag für euch, wenn der Mond im Löwen steht und damit einfach schöne und anregende Aspekte auf euch wirft und auch freundschaftlich vor allen Dingen anregende Aspekte, also heitere Begegnungen im Freundeskreis, können euch an diesem Tag auch den Druck mal vergessen lassen. Das solltet ihr aber überhaupt auch nicht vergessen, bei dem ganzen Druck, den ihr habt, dann trotzdem euch ein bisschen zu amüsieren. Am 7. beginnt ja dann die kritische Phase, die euch natürlich besonders betrifft, weil sie für euch in den extrem wichtigen Häusern ist, eben Jupiter bei euch in der Waage im ersten Haus, Sonne im 7. und Pluto im vierten Haus der Familie. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass reizvolle neue Begegnungen und Flirtchancen sich im Konflikt mit familiären Problemen befinden. Sei es, dass ihr vielleicht in einer festen Beziehung seid und die Chance seht, über eine kleine Affäre da mal auszubrechen oder dass ihr, wenn ihr Single seid, kann Familie nun auch die Eltern sein. Also das ist schon eine starke Zwickmühlensituation. Kann natürlich auch um Geldthemen dabei gehen für euch. Das könnt ihr euch in der kosmischen Schwingung auch bitte nochmal genau angucken. Da erläutere ich diese Themen ja alle im Einzelnen. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Das ist eine Zeit, in der man wach sein sollte und nicht unbekümmert und unbedacht irgendwelche Sachen tun hier. Jupiter-Opposition, Sonne kann wirklich dazu führen, dass man sorglos Dinge tut, die unangenehme Konsequenzen haben können, auch zu peinlichen Situationen führen können. Also passt auf und bleibt da hellwach, fahrt eure Antennen aus, damit ihr mitkriegt. Darin seid ihr ja eigentlich gut als diplomatische Wagen, wo eben eventuell die Fettnäpfchen lauern. Am 10. während der kritischen Phase wird ja dann auch noch der Merkur rückläufig. Das kann dann zusätzlich noch Missverständnisse mit sich bringen. Dann haben wir am 11. den Vollmond, auch voll im Thema Partnerschaft für euch. Der Mond steht in der Waage und haut da nochmal voll den Scheinwerfer drauf auf diese Konstellation und damit eben auf die eventuellen Probleme. Vielleicht aber auch, bringt es aber auch eine Inspiration, wie man Probleme auch lösen kann. Der Vollmond ist ja immer, Neumond beginnt die Entwicklung und zu Vollmond sieht man sie dann erblühen und je nachdem, wenn es gut läuft, findet ihr dann vielleicht eben auch eine Inspiration, wie ihr diese Probleme lösen könnt. Oder ihr seht eben auch die Konsequenzen aus etwas, was ihr angefangen habt, rund um den Neumond rum. Am 15. ist auch wichtig für euch, als Venuszeichen wird die Venus wieder direktläufig, wird sie erstmal stationär, also bleibt ewig in denselben Geraden stehen und dann haben wir ja dieses Quadrat Venus-Saturn, wo es darum gehen kann, wer gibt wem wie viel, wer bekommt wie viel, werden die Bedürfnisse auch erfüllt und eventuell müsst ihr euch dann darüber mal unterhalten, denn das könnte für euch jetzt wirklich auch sehr wichtig werden. Eventuell betrifft es aber auch wirklich den Arbeitsplatz, weil es ja hier im 6. Sonnenhaus ist, also wenn es da zu Konflikten kommt, muss man da jetzt weiterhin Geduld bewahren und nicht die Fassung verlieren. Die Spannung lässt dann am 21. wieder nach. Eventuell muss man da manche Sachen auch einfach mal aussitzen. Am 19. ist dann der nächste wichtige Übergang, wenn spätabends die Sonne ins Zeichen Stier geht, damit in euer Ehehaus. Das heißt, bestehende Partnerschaften werden gestärkt. Und das für die nächsten vier Wochen. Das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Nachricht. Und dann, am 20.04. geht ja der rückläufige Merkur wieder zurück in den Winter, damit zurück in euer Partnerhaus. Rückläufig, Missverständnis, das heißt, es könnte sein, dass ihr vielleicht Dates vergesst. Also passt auf, wenn ihr Termine macht mit interessanten Leuten, dass ihr euch die auch aufschreibt oder dass ihr euch auch die Namen und Adressen nicht verliert oder dass ihr, wenn ihr mit Tinder flirtet, da nicht Leute durcheinander bringt. Also das könnte noch zu witzigen Situationen führen. Am 21. habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden mit einer schönen Kreativenergie. Hier mit Mond im 5. Haus im guten Aspekt zu eurem Partnerhaus. Und zu euch ist bestimmt ein guter Tag für alle diejenigen, die da ein bisschen Zeit haben, sich Kreativität oder eben auch den Freuden der Liebe zu widmen. Und vielleicht auch sogar mit jemandem, den ihr neu kennengelernt habt, wenn ihr den Mut habt. Und dann am 21. geht außerdem ja der Mars ins Zeichen Zwillinge. Das ist für euch auch eine gute Nachricht. Denn damit steht er im guten Aspekt zur Waagesonne, gibt Schwung. Das ist auch hier neuntes Haus, Thema der Fortbildung. Also da könnt ihr zum Beispiel mal das angehen, dass ihr euch vielleicht bewerbt oder auch mal ein bisschen aggressiver drum rangelt, da eine Fortbildung zu bekommen. Oder ihr überlegt euch, was ihr da vielleicht machen wollt, was ihr für Pläne machen könnt, fürs Reisen. Und da habt ihr dann auch neuen Schwung. Und der Mars bleibt dort bis zum 4. Juni euch erhalten und geht in diesem Monat durch die erste Dekade des Zeichens Zwillinge. Das heißt, die erste Dekade Waage kriegt dann diesen schönen Aspekt vom Mars. Dann haben wir den Neumond. Der ist für euch im Achtenhaus. Also das ist auch nochmal ein Hinweis, dass bestehende Beziehungen bei euch, also wenn ihr euch lange kennt und auch vielleicht viel gemeinsam aufgebaut habt, die sollten im Mai ganz besonders viel Zuwendung bekommen. Da denkt drüber nach und führt Gespräche über Abmachungen, vielleicht auch all diese Themen, die im April aufgekommen sind, dass man im Mai wirklich guckt, was hat das mit uns gemacht, mit unserer Beziehung, wo stehen wir jetzt, wie können wir aus Fehlern lernen oder eben auch, wie können wir uns anerkennen dafür, dass wir das gemeistert haben. Am 28. habt ihr nochmal einen schönen Top-Tag. Es kann auch ein sehr prickelnder Tag sein, wenn ihr da gerade auf Reisen seid. Denn da aktiviert der Mond diese Spannung zwischen Mars und Lilith. Also das könnte eine sehr aufregende Begegnung sein für Leute, die gerade unterwegs sind, unter euch wagen. Oder innerlich eben auch ein sehr inspirierter Tag für euch. Und die Venus geht auch an dem Tag wieder ins Zeichen Witter und damit wieder in euer Partnerhaus. Das ist auch eine gute Nachricht. Das heißt Freude an liebevollen neuen Begegnungen und gleichzeitig auch hier noch der Merkur in exakter Konjunktion mit Uranus. Das heißt Geistesblitze und angeregte Gespräche, aber immer ein bisschen mit Vorbehalt, weil er ja noch rückläufig ist. Also nicht so ernst nehmen, bis dann am 3. Mai Merkur wieder direktläufig wird. Und zum Tanz in den Mai, da haben wir ja den Mond im Krebs. Und deswegen empfehle ich euch, sofern ihr nicht Stress in der Familie habt, der euch davon abhält, solltet ihr auf jeden Fall rausgehen zum Tanz in den Mai und euch amüsieren. Meine Lieben, das ist es zu euren Konstellationen. Wenn ihr vielleicht mal eine kurze Frage zu eurem Horoskop habt, könnt ihr euch melden bei meinem Webinar. Ich habe am 24.03. wieder Antonias Sterne, wo man mich über das Horoskop was fragen kann. Nähere Infos dazu auf meiner Webseite über meine Fortbildungs- und Akademietermine. Und jetzt zur Verlosung. Diesen Monat verlose ich ein schriftliches Partner-Horoskop für euch und jemanden, der euch am Herzen liegt. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal und hinterlasst mir eine nette Nachricht hier. Postet mir was Schönes, einen schönen Kommentar und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und wenn ihr eine persönliche Beratung bei mir bucht, dann könnt ihr ab jetzt auf meine Webseite gehen und da direkt eine Beratung buchen, euch was aussuchen und dann melde ich mich bei euch und wir machen einen Termin. Das ist jetzt alles ganz toll gemacht auf der Webseite. Schaut doch da mal vorbei, da würde ich mich freuen. Damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch alles Gute mit den Sternen.